Hallo, ich heiße Johannes Huth und ich spiele ab sofort den Gerry Richter beim Sturm. Das ist der große Bruder von Max. Der hat nämlich Geburtstag und deswegen fährt Gerry auf seinem Rasenmäher von Mannheim nach Bichlheim, um seinen Bruder zu überraschen. Auf dem Weg dorthin trifft er auf Shirin und verliebt sich unsterblich. Und ich glaube, dort wird schon klar, dass Gerry ein bisschen anders ist, in seiner eigenen Welt lebt. Und vielleicht würden ihn viele als einfach, naiv oder auch eingeschränkt wahrnehmen, aber ich für mich sehe Gerry als einen wahnsinnig lebensfrohen, direkten Menschen, ohne irgendwelche Vorurteile. Und das ist ganz, ganz toll, so eine Figur zu spielen. Und ich merke jetzt schon, da kann ich mir auch für meine Persönlichkeit einen großen Teil von abschneiden. Ich freue mich sehr, hier beim Sturm zu sein. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, schaltet ein, montags bis freitags, 15.10 Uhr im Ersten.